Schön, dass du wieder auf meinem Kanal bist. Heute siehst du ein ganz tolles Video von einem Ausflug an die Elbe. Womit fängt alles an? Mit Autopacken. Kennt wahrscheinlich jeder oder viele von euch. Wenn dich das interessiert, bleib dran. Wunderschönen guten Morgen. Ich bin noch nicht unterwegs zu meinem Ziel, aber ich wollte bloß berichten. Ich habe mein Auto geparkt, habe da ja vielleicht schon ein Shorty gesehen und es geht für mich zwei Tage on Tour. Nicht so weit, aber bestimmt schön. Lass dich einfach überraschen. Jetzt fahre ich nochmal schnell zum Rasen, mache Rasen alles sauber, weil ein Bekannter von mir, der füttert dann und alles ist gut. Muss man ja immer darauf achten, dass die gut besichert sind, die Tiere. Morgen. Ja, wie gesagt, ich freue mich und es wird sicherlich lustig. Bleib einfach dran. Bis dann. Tschüss. Die Phase ist fertig und jetzt fahre ich nochmal schnell zu meinem Kumpel, gebe da nochmal Instruktionen, was ich gemacht habe. Ich habe ihm alles hin und ich date für morgen und ansonsten läuft meine Kamera mit. Ich hoffe erst, dass er sich nicht wieder so spiegelt. Technik habe ich eigentlich gedacht, ich möchte wirklich mal versuchen, die Aspects-Kamera, die ich mir gekauft habe, auch mal zu nutzen. Oh, jetzt ist er aussehend. Warum muss ich machen? Da habe ich bestimmt was Falsches eingeschaltet. Na ja, mal gucken. Ich habe nämlich eben das Datum richtig gemacht und ein bisschen rumgespielt. Werde ich mich gleich mal gucken. Bis später. Jetzt bin ich unterwegs. Also für mich geht es jetzt erst mal nach Tangahütte. Ich werde da noch ein bisschen was einkaufen. Und von Tangahütte dann weiter nach Weißerate. Hülsdorf, übrigens ist da. Tangamünde. Ihr seht das ja denn auf meinem Video. Oder in meinem Video. Ansonsten haben wir gerade festgestellt, ich habe ja von All Powers die kleine Power Station und die etwas größere. Und von der kleinen Power Station, die Stecker passen ja nicht in die große. Gott sei Dank habe ich noch so einen kleinen Adapterstecker gefunden. Sodass ich den laden kann. Das ist ja nicht eigenartig. Sonst hätte ich nicht mal das Solarpanel rangekriegt, was ich damals für die Kleine mitgekauft habe. Ich dachte, das ist immer alles das Gleiche. Aber na ja, gestern habe ich mich schon gewundert. Ich wollte aber auch nicht mit Mutwillen da an dem Stecker rumpopeln. Und Mensch, die Gerson hat es selber probiert und hat auch feststellen müssen, das funktioniert nicht. Nun gut, also habe ich Gott sei Dank noch so einen Adapterstecker gefunden und der passt jetzt. Irgendwann knammert es nicht was. Bleibe dran an dem Geräusch. So, melde mich dann einfach später zurück. Wir sind jetzt in Tarahütte, beziehungsweise ich bin in Tarahütte und du guckst das Video. Ich bin ja alleine, also nicht wir oder nicht. Ich bin ja jetzt in Tarahütte, beziehungsweise ich bin in Tarahütte und ich bin in Tarahütte und ich bin in Tarahütte. Ich bin in Tarahütte, beziehungsweise ich bin in Tarahütte und ich bin in Tarahütte und ich bin in Tarahütte. Das ist ein Schilder, das ist nicht gleich. Da ist die Hebel, die Hebel, die Hebel, die Hebel. Oh, ich habe mich hier eingrunken, das habe ich mir überlegt. Ach, ich habe mich hier eingrunken, das habe ich mir überlegt. Wenn ich mich hier hinten habe, dann sind sie doch neu in der Toyota. Das ist mir okay. Die nochmal. Aber kann man einfach, die werden ja noch ein paar Glitzer haben, also nochmal. Oh, tschüss. Und weiter gegens, nachdem ich einkaufen war. Ich hatte sogar noch eine alte Bekannte getroffen und habe ein bisschen gesabbert. Der fetzt ja der Wagen noch. erobe. Tangemünde, 80 Kilo Meter Bis später Bis später Bis später Bis später Untertitelung des ZDF, 2020 Ich muss schon sagen, ich bin ein riesengroßer Fan von Tangermünde. Fasziniert mich immer wieder auch beim Durchfahren. Also wer in der Nähe von Tangermünde ist, sollte da unbedingt mal hin. Das ist immer wieder ein Ausdruck wert. Ob über Nacht oder einfach mal nur so zum Schlendern, einfach mal angucken. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, ich bin jetzt gut angekommen, da wo ich hin wollte. Ich habe schon ein Schloss gesehen, ein Restaurant gesehen. Also hier wo ich bin, wenn ich reinig fahre und dann nach einer Minute, gefühlt eine Minute, nee, gefühlt zweite Minute, zwei Minuten fahre ich schon wieder draußen. Aber, ja, abwarten. Lasst euch überraschen. Wir waren gerade draußen und haben Bierchen geholt. Das kannte ich nicht. Und Peter will nachher Pfannkuchen machen. Nee, Quatsch, jetzt fange ich auch schon an mit Pfannkuchen. Pfannkuchen ist genau richtig. Eierkuchen. Machen. Genau. So, bis später. Ach, Peter, ja. Du, wenn du es dir auf dem Konto überbeißt, ist es auch bloß weg. Ja, wollte gerade sagen, Geld kommt und gleich ist wieder alles weg. Ist doch scheiße. Und das Anfang des Monats. Leute, ihr müsst Peter unterstützen unbedingt. Ganz, ganz wichtig. Guckt seine Videos von Anfang bis Ende. Und lasst Like. Und Spenden nicht vergessen. Und Liken, kommentieren und abonnieren. Denkt dran. Lieben, ich habe Peter sein Zeug in der Hand. Was? So. Boah. Hast du gesehen, wie viel Salz... So was macht man ja nur, wenn man verliebt ist. Das kann ja nur versalzen sein. Da bin ich ja mal gespannt. Nein, nein, also es werden herzhafte Eierkuchen. Herzhaft süß. Herzhaft, ein bisschen süß. Also ich glaube, die wären eher herzhaft als süß. Oh, mein Gott. Du bist so nachher süß. Ja, ich bin gar nicht gespannt. Ey, so viel Salz. Okay, jetzt eine Prise. Marke, extra für Heike. Mit Kammherd gefüllt. Yummy. Hallo. Ja, wir haben es jetzt, oder ich habe es jetzt 21.33 Uhr. Ich bin ungefähr vor 20 Minuten rüber von Peter. Jetzt bei mir im Bulli. Ich mache noch ein bisschen YouTube-Arbeit. Seht ihr das? Und ja, bedanke mich an dieser Stelle auch nochmal an Peter für die leckeren Eierkuchen und den schönen Nachmittag. Wir haben viel, viel geredet, auch als Markus kam. Das war wirklich ganz, ganz toll. Hat super geklappt alles. Und ich freue mich auf morgen. Jetzt, wie gesagt, ich mache jetzt noch ein bisschen YouTube-Arbeit. Und dann werde ich mich in mein Bett packen. Sieht jetzt noch ein bisschen müß aus. Aber kennt ihr ja. Ansonsten bis morgen. Ihr Lieben, es ist jetzt eine Stunde später, glaube ich. Und ich habe jetzt eine Stunde hier gesucht, um mein Brett zu finden. Aber umso mehr liebe ich es gerade. Danke nochmal an Green Betty, dass er mir das gebaut hat. So, jetzt kann ich mich nämlich gleich in mein Bettchen legen. Und weiter YouTube gucken. Oder Amazon Prime oder wie auch immer. Ach, super. So, Ilona, guck mal, wie schön. Also, ich habe jetzt hier die Heizung an. Und eine Toilette. Fernseh gucken. Bette. Tisch. Strom. Ja? Alles schick. Und ich sitze jetzt hier auf der Bank. Muss ich ja nicht. So. Zeig. Okay, ich weiß Bescheid. Also, es geht. Ist schön. Ich freue mich auf mein Bett. Einen wunderschönen guten Morgen aus meinem T4. Ich habe wie immer richtig gut geschlafen. Jetzt werde ich langsam aufstehen. Und Kaffee machen. Bis später. Ein bisschen salonfähig bin ich schon. Ich wollte meinen Kaffee kochen. Aber das Gas war wahrscheinlich zu kalt. Das wäre jetzt erstmal ellenlang nicht angegangen. Und da klopft es schon bei mir. Und der Peter hat mir einen Kaffee gebracht. Danke, Peter. Oh, es sieht herrlich. Lecker, lecker. Ja, ich bin dann rübergegangen zu Peter. Der hatte sich schon angezogen. Der Markus war auch schon da. War ganz lustig. Genau, film mir jetzt von oben. Dann sehen die Frau noch. Er hat volles Haar. Vor allen Dingen kann er sich gut bücken. Er kommt noch bis runter. Also Heike, das lasse ich jetzt mal unkommentiert. Das ist nicht nur bei Männern wichtig. Das Bücken. Irgendwo im Nirgendwo. Also ich mache ja auch schon viel. Als wir so durch den Park liefen, war wirklich eine ganz fantastische Ruhe. Man hat wirklich nur die Vögel zwitschern hören. Das war schon einzigartig schön. Was für ein schöner Anblick. Guckt euch die Elbe an. Die hat immer noch Hochwasser. Wahnsinn. Soweit jetzt bei uns im Märkischen Viertel auch mal. Schön. Schönes Schaftbier. Ja, nachdem ich jetzt eine ganz lange Wanderung, also für Dieter war es wahrscheinlich keine lange Wanderung, aber für mich, wo ich den Wald gemacht habe, Dieter auch auf seinem Kanal. Wir hatten da so ein Live-Video durchgartet. Mal sehen, was sie geworden ist. Gibt es jetzt bei mir was zu essen? Also ich habe heute den ganzen Tag noch nichts gegessen und die sind zwar nicht dazu gekommen oder ich bin nicht dazu gekommen und jetzt gibt es halt Essen, ihr hört. Es gibt heute Nudeln mit Gulasch. Die Nudeln hatte ich vollgekocht, die habe ich so mitgenommen und Gulasch auch. Lecker, lecker. Ich habe ja die große Powerbank bei, die habe ich nur mit der Kühlbox gespeist oder nur Strom für die Kühlbox genommen und die war nach ganz vielen Stunden war die schon leer. Jetzt versuche ich da ein bisschen Strom drin zu kriegen, obwohl die Sonne nicht scheint und hoffe, dass ich die nochmal benutzen kann heute oder morgen für die Kühlbox. Ich hätte mir doch gleich eine Kompressor-Kühlbox kaufen sollen, ich Depp. Hast du da eine gute Empfehlung für mich? Los, noch nach den neuen Tarifabflüssen. Ja, Heike, siehst du. Mensch, da hat doch was gefehlt. Na ja, ohne. Jetzt habe ich die wiedererkannt. Ich kann ja mal schuppen von hier hin, die steht sowieso nicht so wichtig. Die Elbe ist doch immer wieder schön anzusehen. Heike, bist du schon live jetzt heute? Was sagst du? Bist du schon live? Fast. Ja, ich wollte gerade sagen, das waren mal ein paar Sachen. Mal hinlaufen. Ihr Lieben, wir haben es jetzt 19 Uhr, also noch nicht ganz 19 Uhr und wir bereiten uns gerade auf den Livestream vor für den Kanal Peter Eile für eine Camper. Und er pflegt mich damit ein, sodass wir das Short-Video praktisch so hochkant haben und dann sieht man uns beide. Es wird ganz lustig, denke ich. Haben wir heute Morgen schon mal probiert, aber irgendwie hat das nicht funktioniert. Warum? Keine Ahnung. Vielleicht funktioniert es ja heute, also jetzt. Wir sind jetzt mittlerweile zu viert. Der Peter, die Anja, der Markus und meiner Einer. So ein Kiva-Kirsch-Banane, wie schmeckt das überhaupt nicht raus? Aber er zieht dich so die Schuhe aus. Heike, den Link hast du schon offen? Nein, das ist ja nicht. Heike, du solltest nicht filmen, sonst anfangen. Nein. Das hat der Peter jetzt gerade während des Livestreams hier kocht. Und ich muss euch sagen, das hat er ganz, ganz toll gemacht. Das ist mega lecker. Also das werde ich bestimmt mal nachkochen. Also meine Damen, Liebe geht durch den Magen. Peter kann auch kochen. Ja, der Peter kann kochen. Der ist ein Cavalier. Steffi, Peter forgt auf, nicht wir. Also alles gut. Aber er wird schon seine Zukunft hier finden. Bis dann. Jetzt kann ich auch mal ein Video machen, ihr Lieben. Da seht ihr Anja und Markus. Peter. Alle voll die Fragen. Bei der Heike. Das hast du ja Gott sei Dank gefilmt. Ist das. Und ich und ich. Bei der Heike ist zum Beispiel jetzt mal eben gerade das Handy. Hi, Sivone. Aber das liegt nicht an uns. Das liegt eher an den zwei, die gegenüber sitzen. Wau, 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 wau. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben heute Sonnabend. Ich habe sehr gut geschlafen, wie immer in meinem Bus. Und ja, es hat gestern ziemlich lange gedauert. Wir haben gestern sechs Stunden Livestream gemacht auf dem Kanal. I live in the camper. Das war ganz interessant mit geteilten Bildschirmen. Wir waren vier Leute hin und her. Es war wirklich ein toller, toller Team. Tolles, toller Livestream. So, und ja, jetzt bin ich schon beim Kaffee kochen. Schau mal selber. Meine Brötchen sind im Omnia. Die werden gleich gebacken. Mein Kaffee kocht. Ihr seht ihr. Klopapier brauchen wir ja auch immer. Heiß heiß. Ja, Kaffee wird gefiltert. Ich liebe meine Kaffeekanne. Ich werde zumachen. Vielleicht wird gefrühstückt. Bis später. Zum Wetter kann ich nur sagen, es wird heute schöner als gestern, so wie es aussieht. Die Sonne scheint schon. Schlafen wir alle noch? Bei Peter weiß ich nicht, ob der schon wach ist. Keine Ahnung. Ist ja auch egal. Oh, nicht so schnell drehen, da wird einem schlecht bei. Oh, nicht so schnell. Das war's für heute. Peter macht gerade Drohnenaufnahmen von dem Platz hier und wer mich kennt, der weiß, dass ich Drohnenaufnahmen liebe. Das war's für heute. 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 Ich musste nach Hause, weil ich wusste, dass mein Bruder zu Besuch kommt. Ich hatte mein Auto schon fertig gepackt und dann ging's langsam los. Hallo ihr Lieben. Ja, jetzt geht's für mich nach Hause, weil mein Bruder schon gleich bei mir zu Hause ist. Schneller als ich gedacht habe. Wäre gerne noch länger geblieben. War wirklich ganz, ganz toll. Wir waren richtig super Viehreichmann. Ja, hatte jede Menge Spaß. Hatte, also seht ihr ja dann, oder habt ihr ja jetzt im Video gesehen, dass es Spaß gemacht hat und ich freue mich, wenn man sich wieder sieht. Wird sicherlich irgendwann wieder passieren. Ja. Und danke nochmal an dieser Stelle an Peter, an Anja und an Markus. Und ja, Markus, du wirst dann das Endresultat sehen, wenn die Platten der doofen Dach sind. Und ja, danke, danke, danke für alles. War sehr, sehr, sehr schön. Viel zu kurz. Unterstütze meinen Kanal jetzt durch ein Like, ein Kommentar oder ein kostenloses Abo. Das hilft mir sehr viel weiter. Und du kannst mich natürlich auch unterstützen auf PayPal. Siehe in meiner Beschreibung. Für die Benzinkasse oder Reisen oder für meine Suse. Ich bin gleich zu Hause. Ich bin jetzt kurz vor Malwinkel. Ich fahre jetzt mal mal andersrum. Von Malwinkel dann nach Ziverig und dann nach Budiz. Ja. Wie gesagt. Und hier fängt die Sonne jetzt nicht mehr. Da, wo ich jetzt hell kommen bin, hat die Sonne nicht. Aber ich kann bestimmt nochmal rausgucken. Das soll es gewesen sein von meinem Kurz-Trick. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne ein Like, ein Kommentar und ein Abo da. Ihr wisst, ein Abo ist kostenlos und das hilft mir weiter. Und auch jeder Kommentar wird beantwortet von mir. Und ja, das soll es dann gewesen sein. Bis zum nächsten Turn. Tschüss.